und hier mit herzlich willkommen zurück zur let's play pokémon schaffe stufe 80 mit meister durch stufe in 16 zügen muss machbar sein es muss machbar sein schön 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 super komπου super kom university so schön 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 läuft doch wunderbar hier schön 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 wundervoll 90 prozent milchzahn wird also ein pokémon bleiben hoffentlich gut gefangen stufe 81 sicher pokémon sie augen maximale züge doch 7 ich probiere es einfach aus einfach ausprobieren so so ja es ist ein ich hätte mir was holen sollen und schon wieder ein versuch verbraucht oh weh ich glaube es funktioniert jetzt wieder so wie letztes mal habe ich auch nur die maximale zu gebraucht die vorgegeben waren wenn das ja wieder so der fall ist hat ich sag dazu nichts mehr ich sag dazu einfach nichts mehr ich will mein geld wiederum stufe 82 käfer pokémon maske regen maximale züge 15 das geht ja noch ich weiß ich 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 Das war's. hallo jetzt geht es euch noch gut oder sonst geht es euch noch super oder was das war jetzt knapp mehr wie knapp auch kommen 70 prozent oder natürlich das ich sag dazu echt nix mehr stufe 83 pflanzen pokémon wambol maximal 3 pokémon klasse meisterin stufe 50 das habe ich jetzt aber nicht gelesen auch noch Oh, ging schnell. Komm schon, komm schon, komm schon! 84%! Wenn du jetzt nicht im Pokéball bleibst, dann gibt es Ärger. Na los, bleib drin! Bleib drinnen! Hm, feines Pokémon! Fein, fein, fein! Sogar dein S dran! Tja, dann sag ich mal wieder danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Shuffle!